Leute, was geht? Willkommen zu einer neuen Folge der Skone Wir machen weiter, wahrscheinlich mit der Kopfkilder, keine Ahnung Und wir fahren auch direkt aus dem Camp raus Dankeschön Hier sind noch die Leichen vom letzten Mal Hier gibt es sicher viel Loot Ja, andermal vielleicht Ah, fahren wir jetzt erstmal zur nächsten Mission Ich meine, es ist Tag Ich muss in der Nähe sein Dadurch, dass es Tag ist Wow, und da ganz viele Arschlöcher sind Ich stehe da nicht so drauf Gut So Noch irgendwo ein Nest Ein Tank Müsste eigentlich noch voll sein Ja, machen wir mal voll Hier irgendwas? Nö Okay, sonst noch irgendwo ein Nest Nope Loot für mich Nest Rückstände Vielleicht kann man die auch verkaufen Na, weiter geht's Ich will hier ein Nest Muss ganz in der Nähe sein Muss ganz in der Nähe sein Was ist dass predabات komm dass du auch mal geil schickst auf die höhe kommst wir stinken was ok kommt das hier noch irgendwo ein nest oder was war da jetzt gerade mit der horde ich hab irgendwas mit horde gewesen ok in dem fall ist es woanders wie viele jahre ist wohl da und wird bis alles verschwunden ist schönes flüchtlingslager draußen wird ihr besser dran gewesen hier konnte euch gar nichts beschützen ich bin hier richtig gut dann lauf ich erst mal mein leben ein bisschen wazel ein bisschen wazel diese ripper keule ist gut heizmau ist was? es waren nur die drei wo so viel lärm gemacht haben laber mich nicht voll hier liegt nichts rein gar nichts was haben wir hier oh da lag was ne axt ja hat halt mehr haltbarkeit tank bisschen rülps aber alles kann man brauchen hundskamille auch noch nie gehört könnt ihr mal gerne reinschreiben was hundskamille ist ok und das waren die neros oder nato oder irgendwas in die richtung halt pflanze da hinten ist ein gebäude vielleicht sind da drogen drin ah die da oben sollen mal da oben bleiben ok hier sind doch noch viele zwei schlägen ja heftig heftig heilung die musik macht mich nervös was erledige freaker im camp verdammte freaks nicht hier verstanden ihr könnt fressen wo ihr wollt aber nicht hier dieses camp hier das ist meins stopp wie viele von euch scheißkern sind denn hier nach so einem nicht passiert ist flüchtlingslager 13 wir werden überrannt überrannt sagt ich versuch's wir müssen uns rausholen sofort ruhig ich versuch's doch wiederhole hier flüchtlingscamp 13 delta wir werden hier überrannt hört mich jemand her mit dem ding was soll das denn loslassen was ist das jetzt wie viele lady 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 wir werden überrannt nein 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 scheiße tut mir leid dass ich nicht da war so ich glaube ich habe es gerade einfach unnötig angezündet hm machst du jetzt hey süße ja ich ich hab sie erledigt wir machen dir keinen Ärger mehr ah hey ich bin's alter scheint traurig die stelle ich bin weg deken ich muss dir was sagen schon okay es ist nur mein Name du hast gesagt wir sollten nicht zurückkommen ich hab nicht auf dich gehört ich meine ich wusste es wird schlimmer aber keiner von uns wusste dass das passieren würde es geht so schnell du verstehst das nicht was sollte ich denn machen wenn ich dich verliere es ist meine schuld hey niemand verliert irgendwen ich hab's versprochen weißt du nicht deken warte da ist dein Kind warte hey hey bist du okay komm wir finden deine Eltern okay wir müssen wirklich los komm komm sie hatte ein Messer oi verdammt verdammt wie schlimm ist es ähm ich weiß nicht ich glaube es ist nicht so schlimm scheiße okay halt das hier fest wird das ganz fest drauf kannst du laufen ich glaube nicht aber ich kann gehen okay das reicht ich bin fast da okay vor zwei stunden war hier alles voll erholen ja sie müssen evakuiert haben ja 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 sie sind wohl geflohen sieht nicht gut aus dass er besser hat man nie weifescht oder so sie ja wie geht's kleine schwester so dämlich es war dieses dieses Mädchen dieses verdammte kleine mit großem Messer hey hilf mir na komm oh na los scheiß noch ein Lob wir müssen weg bevor sie hier durchkommen wir müssen aufs Dach einen von diesen Helixrauen wicken okay hier vielleicht kannst du dich da ausruhen hey langsam langsam sie hat mich so sehr an meine Schwester erinnert weißt du wir haben immer zusammen verstecken gespielt sie hat immer sie hat immer den Kopf in den Mantel gesteckt einfach so hm ich hatte schon Stichwunden aber nicht solche sieht nicht gut aus scheiße sieh doch nur wir müssen hier weg komm komm na gut ja ich hab sie für du und sie raus verschwinde verschwinde wir haben sie geteilt wir haben sie geteilt ganz ruhig warte langsam was machen wir ja okay du lenk ihn ab ich versuch mich vorbeizuschleichen nichts passiert nichts passiert mitgege ich pack das geh scheiße so hey 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 ich bin unbewaffnet ich bin unbewaffnet raus hier hören sie zu meine Frau ist hier draußen sie ist verletzt wir wollen nur aufs Dach verschwinde sie wir haben sie getötet wir haben meine Frau getötet oh nein nein Moment ich überweiß nichts davon dass ihre Frau getötet wurde es tut mir wirklich sehr leid aber wir haben nichts gezahlt wir haben nichts gezahlt wir haben nichts gezahlt gib mir die Waffe gib mir die Waffe ihr habt sie getötet ihr habt sie getötet ihr habt sie geschafft ja los warte sie wir brauchen Hilfe sie ist verletzt was ist mit ihr also sie hat nicht was immer da draußen abgeht sie hat eine Stichfahrt ich kann sie nicht mitnehmen okay hören sie oh Brian wenn wir sie nicht sofort in ein Krankenhaus bringen dann wird sie sterben es gibt keine Krankenhäuser ach komm schon es gibt keine mehr ihr habt Ärzte Sanitätszelte in der Lazarett Einheit ich bin nur ein Doktorand okay ich wurde einfach eingeteilt ich sollte nicht mal hier draußen sein Brian okay scheiße ich hab nur für zwei Leute Platz okay zwei was soll das heißen nur für zwei wir sind zu schwer okay ich kann nur zwei von euch mitnehmen zwei okay na los helfen sie na los na komm Sesse okay alles wird wieder gut ich hab sie hey ich bin sofort zurück okay Busa los jetzt wir müssen zu diesem wir müssen zu diesem Heli ich hab's gehört es ist nur Platz für zwei in dem Heli hey geh 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 mit dir ich komm schon klar ich hab schon Schlimmeres überstanden ne ja ich will dir zurück kommst du? ich will dir zurück kommst du? kommst du? Deine nein nein Geek! Geek! Geek!